willkommen zurück zu let's play beyond good and evil ich möchte mich im vorschmerz bedanken für die vielen tollen kommentare von euch und finde es einfach nur super wie das projekt aufrichtig und gespannt verfolgt ich bin genauso gespannt wie es jetzt weitergeht ob es jetzt das final ist oder ob da tatsächlich noch was kommt das sieht auf jeden fall gerade so aus als hätte page gerade etwas auf die nutz bekommen ich werde gerade voll von feind singelt das sind die klassischen alpha warren die wir kennen ja sorry es ist gerade zu viel los dass ich hier kommen erkennen kann da musst du mir schon mal verzeihen dass ich hier gerade ein bisschen nicht auf die aufpassen kann ja das ist alles schön weg wo irgendwas sagt mir das jetzt bald das finale kommt so wie komme ich jetzt dadurch ach so nicht endlich haben unsere vertrauenswürdigen kollegen von iris die wahrheit enthüllt die hildiane haben sich verbündet um die alphas von helis zu vertreiben und wieder einmal konnte der ehrenwerte berufsstammt der journalisten seine wichtige rolle in der geschichte beweisen nah noch nicht ganz wir müssen erstmal noch irgendwie unsere aufgabe erledigen ach das ist ja noch einer und tschüss ach so da muss man hoch was hast du denn gehofft jeder den du geliebt hast ist bereits tot deine mutter dein vater das schwein und all diese kleinen rotz nasen wir haben ihnen alle flüssigkeit erzogen um selbst länger leben zu können er sucht er ist seit jahrhunderten auf deiner spur deine tage sind gezählt mögen die engel der dunkelheit auferstehen okay der typ kann es jetzt schon mal nicht mehr nerven kriegen wir dafür irgendwelches dingens wenn wir fotografieren nein das ist einfach nur eine tote leiche von diesem typen alle gefangenen sind noch da ach so das war schon hier ok moment 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 hier vielleicht noch irgendwas um habe ich vielleicht was vergessen gucken wir nochmal ok kann man nichts machen da kann man nichts machen da kann man nichts machen ok kamera macht bitte keinen mist ok danke ok wir müssen zurück zur basis um die gefangenen zu befreien dann werden wir das auch sofort machen das war jetzt blöd Leute kommt ihr oder kommt ihr nicht hallo ja dann kommt doch also manchmal sind die echt doof muss ich sagen wenn die nicht nachlaufen dann passiert sowas natürlich so ab an bord und ab geht´s landebahn in sich direkt vor ok da muss man so hin und sowas sagt mir das jetzt ist nicht mehr weit bis zum finale ach du meine güte was ist jetzt los kriegt der sterne oder was boah jetzt ist hier fast kriegt der sterne feeling donnerwetter und diese musik dazu wahnsinn die müssen wir bestimmt erstmal besiegen bevor wir irgendwie hier weiter können ich komme gerade hier vor über rooks werden und nicht wie bei beyond golden evil aber es ist cool ich finde es cool dass das game so viele verschiedene gesichter an den tag legt die versuchen sie in die basis zu gelangen wir müssen die retten die noch drin sind wo jetzt ist klüge angesagt aber nicht für uns denn wir müssen das wichtigste legen auf der basis THIS IST Das ist gerade wirklich wie bei Star Wars hier. Donnerwetter. Ja, ich hab ihn gerade schon gesehen. Das große Gebäude und ich glaube immer mehr, dass jetzt das große Finale kommt. Wow. Was ist das? Also bist du endlich zu mir zurückgekehrt. Du hast deinem Meistergut gedient, Shawnee. Du alleine hast die Illyana zu mir gebracht. Sie sind dir blind gefolgt. Miss Jade? Dort Kaupacka! Ah, eine Falle! Die Steuerung funktioniert nicht mehr! Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Sie sind dein König auf ihn! Du bist die Quilin meiner Macht. Das Instrument meiner Stärken. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Shawnee, und ich werde den Mensch in dir tönen. Jane! Johnny! Du gehörst mir! Nein! Nein! Final Fight! Das wird die V-D-V-D für der letzte Boss sein, denke ich mal. Und jetzt ist nur die Frage, wie wir ihn denn besiegen können. Ich glaube, der lässt irgendwie neue Spawn Die ganze Zeit Ihm vielleicht irgendwas Macht ihm das Ne, ich muss erstmal hier die ganzen Typis Erledigen Okay, das klappt Absichtlich nicht Doch, das scheint ihm irgendwie weh zu tun Was zum Teufel Ah, ich ahne es Ja, ich hab verstanden, was wir machen müssen Wir müssen die irgendwie, glaube ich, wegschleudern oder so Ja genau, wir müssen die kleinen Pages Da hinschleudern Um den kaputt zu machen Hab ich ihn gerade getroffen? Ja, ich glaube, ich hab ihn gerade getroffen Boah, ist das ein episch genialer Bosskampf, Leute Der Was? Oh Gott, jetzt hat er schon zwei angezogen Was zum Teufel macht er jetzt? Okay, okay Er zeigt sich jetzt scheinbar so Hä, wie genau? Treffe ich ihn jetzt gerade oder treffe ich ihn jetzt nicht? Ich treffe ihn doch, oder? Ich hab keine Ahnung Irgendwas ist gerade mit dem Ton, den er da macht Indem er ständig spawnt Der wird irgendwie immer größer Ich hab vielleicht so einen Verdacht, dass ich ihn vielleicht dreimal irgendwie am Stück treffen muss Ja, ich muss ihn bestimmt dreimal am Stück treffen Eins, zwei, drei Vier Und dann ist er da Und dann ist er da Hä, wie soll ich ihn da oben treffen? Ich muss ihn bestimmt dreimal am Stück treffen Aber wie soll ich ihn da oben treffen? Wenn er über mir ist Ja, jetzt ist er über mir Und da oben treffe ich ihn nicht Wie soll ich ihn da oben treffen? Ja, dann ist er ständig schneller als ich Ach man, wie soll ich ihn da oben treffen? Hm, das ist doch Das ist die schwerste Phase Die ist gerade wirklich die schwerste Phase Muss ich sagen Gott, ist das schwer gerade Das ist gerade wirklich richtig schwer Ja, genau die letzte Genau das Ist das Was ich gerade nicht verstehe So, ich versuch's jetzt mal Nee, das ist zu langsam Wenn ich's so mache Das ist einfach zu langsam Da So wie er mich einmal trifft Und die Kombination Verliere Keine Chance Ey, der trifft mich doch Oh, was ist das für Hallo Was soll ich Scheiße, Mensch Och, das gibt's doch gerade Nicht Da Wie soll ich da irgendwas machen Wenn er ständig So Über mir steht Und mich angreift Ich verliere Jedes Mal sofort Die Kombination Wenn er Kombination Wenn er das macht Mann, das ist doch scheiße Wenn man Einmal getroffen wird Ist die Kombination hin Und man darf's nochmal machen Oh, ist das schwer Gott Ich muss das Auge Ich muss das Auge treffen Ansonsten Oh, meine ganzen Bubs Sind bald hin Das kann doch nicht sein Das kann's doch echt nicht sein Ach, du wirst einmal Von diesem Scheiß getroffen Und die Kombination Startet von neun Es ist so beschissen Ich treffe ihn da oben nicht Das ist so ein Drecksack Jetzt vielleicht Jetzt macht er natürlich Das Das ist Wart, nochmal Das Ganze, oder? Ja, natürlich Doch Ich kann gerade hier Nichts viel kommentieren Weil dieser Boss Einfach nur scheiße ist Na scheiße ist Scheiße ist er nicht Erst nur So derbisch Schwer gemacht Vor allem dieses Kombinationsspiel Regt mich gerade Richtig auf Boah, es war so Ein wunderbares Spiel Bisher Und dann muss So ein bekloppter Endboss kommen Jetzt macht er das Und ich muss wieder Ganz von neun Die Scheiß Kombination Ja, jetzt Tritt mich doch gleich Von Anfang Mein Gott Der Endboss macht mir gerade Überhaupt keinen Spaß Leute Überhaupt keinen Spaß So, Treffer War's das jetzt Bitte So, was ist jetzt? Och nein Nicht Hm, ist klar Erst so ein Mist Und dann noch So einen blöden Hammer Was ist jetzt los? Du verlierst die Kontrolle Ach, wie fies Ich sehe nichts Ich sehe überhaupt nichts Und die Steuerung scheint gerade irgendwie Umgekehrt zu sein Sag nicht Ich muss jetzt auch noch Umgekehrt denken Ich muss auch noch umgekehrt denken Ich bin Ich bin gleich tot Leute Ich bin gleich tot Ja, ich kann's vergessen Ich bin gleich sowas von Tot Ja, ich bin tot Okay, ich fang hier an Halt die Klappe Klasse Oh mein Gott Könnt ihr das bitte noch ein bisschen Krasser gestalten Den Endbosskampf Das ist ja Schon Ohne Scheiße Ich drücke gerade Sämtliche Buttons Und er schießt auch noch Vom Rand Nein, ich werde nicht aufgeben Du verlierst die Kontrolle Der wird noch deinen Geist Schau Ja, natürlich doch hässliches drecks wie hallo geht es vielleicht ein bisschen noch schneller mit einem bescheuerten angriffen habt ihr es gesehen wie schnell der mich angegriffen hat das ist doch nicht mehr normal ist das warum schlägst du nicht zu warum schlägt sie da nicht zu warum kann sie da verdammt noch mal nicht zuschlagen doch wieso schlägst du nicht zu es ist nicht wahr sie schlägt einfach nicht zu das kann doch nicht wahr sein sie schlägt einfach nicht so leute ich mache im nächsten part heute ich muss mir kurz beruhigen meine fresse tschüss